Hallo, herzlich willkommen! Das ist ja super, dass die UV mal hier wieder Theos zu Gast ist, hier auf unserer schönen Bühne. Also wir haben pro Saison oder in dieser Saison vor allen Dingen haben wir 14 Aufführungen und die Bühne, die wird jedes Mal aufgebaut und dann so nach fünf Wochen wieder abgebaut. Da steht ein Team zur Verfügung, die da ganz fleißig bauen und hämmern, damit es dann irgendwann auch so aussieht wie jetzt beispielsweise in diesem Jahr. So liebe UV-Leser, jetzt wünschen wir Jörg von Theos eine wunderschöne Wienerstiet, einen guten Rutsch in ihr Jahr, voll Spaß mit UV und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Video auch mal hier in Dame im Theater besorgen würdet. So das war's und tschüss! Tschüss!